Na, wer kann mir sagen, was wir hier sehen? Viele meinen wahrscheinlich, es ist Hagel, aber das ist kein Hagel, das ist Graupel. Und genau diesen Graupel, den gibt es jetzt auch heute wieder am Freitag bei diesen vielen Graupelgewittern, Wintergewittern. Da geht es nochmal richtig rund. Aprilwetter bei uns, jetzt hier Ende Februar, aber es ist das letzte Aufbäumen von dieser wechselhaften Wetterlage. Denn ab morgen, am Samstag, kommt das Hoch Kai und das bringt uns erstmal einige sonnige und trockene Tage. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Wir schauen uns die ganze Entwicklung mal etwas genauer an und stellen fest, der Luftdruck, der steigt zum morgigen Samstag hin deutlich an. Und das ist ein unverkennbares Zeichen natürlich dafür, da kommt ein Hoch zu uns nach Deutschland mit einem Luftdruck am Samstag, Sonntag von 1035 Hektopascal. Langsam nimmt danach der Druck wieder ab, aber das heißt nicht unbedingt, dass es direkt wieder wechselhafter wird. Es könnte also mehrere Tage am Stück relativ schön sein mit Sonnenschein, tagsüber 8 bis 10 Sonnenstunden. Nachts aber, Achtung aufgepasst, wir haben es Ende Februar, da droht dann stellenweise leichter bis mäßiger Frost. Im Alpenvorland teilweise auch strenger Frost bis zu minus 10 Grad. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Wir schauen mal hier auf die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell für die Mitte Deutschlands und zwar bis zum 11. März. Und wir stellen fest, so der richtige Frühlingsdurchbruch ist es noch nicht irgendwie. Die Temperaturen dümpeln so rum bei 5 bis 10 Grad, was aber auch völlig normal ist für Anfang März. Und auf diesem Niveau, da bleiben wir auch weitgehend bis zum 11. März. So zumindest die Trend-Prognose vom europäischen Wettermodell. In Sachen Niederschläge tut sich relativ wenig, da kommt nicht wirklich viel vom Himmel. Zum Vergleich mal der Blick auf die Ensemble-Vorsage vom amerikanischen Wettermodell. Ebenfalls für die Mitte Deutschlands, auch hier relativ ähnlich, um die 5 bis 10 Grad bleiben wir da. Einzelne Ausreißer bei 15 Grad, aber auch hier einzelne Ausreißer nach unten bis teilweise unter minus 5 Grad. Aber auch hier bei den Amerikanern gilt relativ wenig Niederschlag in Sicht. Und das könnte eben darauf hindeuten, dass sich die trockene Wetterlage eine ganze Zeit lang quasi durchhalten könnte, beziehungsweise andauert. Wir schauen noch auf den Wind. Der war ja gestern nochmal spannend gewesen, gestern Nachmittag, als die Kaltfront durchgezogen ist von Tiefbibi. Da gab es ja stellenweise nochmal richtig viel Wind, einzelne Sturmböen. Aber der Wind, der lässt nun deutlich nach zum Wochenende. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag spielt der Wind erstmal keine große Rolle mehr. Und dann steht ja schon bereit, dieses Hoch, das Hoch Kai. Das sehen wir hier auf der Großwetterlagenkarte von heute. Westlich von Frankreich ist es unterwegs. Und dieses Hoch dehnt sich dann zum Samstag hin weiter bis zu uns nach Deutschland aus. Hier zieht noch die Kaltfront ab von Tiefbibi. Und wie gesagt, dahinter wird es nun dank des Hochs doch deutlich ruhiger werden. Aber erst ruhiger ab Samstag. Heute am Freitag ist es nochmal richtig wechselhaft. Wetter eben wie im April. Wir sehen teilweise hier Blitze. Und das heißt, es sind kurze Gewitter möglich. Graupelgewitter, Wintergewitter kann man es auch nennen. Ab und zu auch mal Schneeschauer vor einigen höheren Lagen. Da kann es auch mal so einen kleinen Schneesturm geben, oberhalb von 500 bis 700 Metern. Liegen bleibt davon aber relativ wenig. Vor allen Dingen in den tieferen Lagen immer noch sehr deutliche Plusgrade. 4 bis 8 Grad über 0. Aber trotzdem in mittleren und höheren Lagen kann es kurzzeitig mal weiß werden. Und auch sehr glatt auf den Straßen. Bei so einem heftigen Schneeregen, Schnee- oder Graupelschauer ist die Straße teilweise richtig rutschig. Und damit auch ziemlich glatt. Also heute eher Fuß vom Gas nehmen. In der Nacht zum Samstag wird es dann insgesamt weniger mit den Aprilwetterschauern. Aber die Wolkendecke bekommt langsam immer mehr Lücken hier von Westen. Da kommt das hoch herangezogen. Und deswegen sinken die Temperaturen bis morgen früh auf plus 2 bis minus 2 Grad. Liegen also im kritischen Bereich. Wir müssen deswegen morgen früh teilweise mit Straßenglette rechnen. Aber dann kommt die dicke Entschädigung Samstag, Sonntag und der Rosenmontag mit viel Sonnenschein. 8 bis 10 Sonnenstunden zum Abschluss von diesem doch meist sehr trüben Februar. Da wird nochmal ordentlich reingepowert in Sachen Sonnenschein. Und die Temperaturen, sie erreichen am Samstag 5 bis 9 Grad. Am Sonntag 6 bis 11 Grad. Und am Rosenmontag, da werden sogar 8 bis 14 Grad hier im Westen erwartet. Also, da ist fast schon Grillwetter angesagt bei dem ein oder anderen. Apropos Grillwetter. Hier mal die neueste Info von uns von wetter.net. Bei Klaus Grillt, ein bekannter YouTuber, gibt es jetzt auch die Grillnews. Und auch da sind wir vertreten mit einem Grillwetter. Schaut doch mal einfach rein in die neuesten Grillnews von Klaus Grillt. Den direkten Link dorthin gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei bei Klaus Grillt. Ja, und danach, es bleibt erstmal relativ sonnig. Einzige Ausnahme, Dienstag, Mittwoch. Da kommt so ein kleines Tief vorbeigezogen, bringt ein paar dichtere Wolkenfelder. Es könnte im Westen für ein bisschen Regen reichen bei 8 bis 13 Grad. Aber schon zum Mittwoch versucht die Sonne einen neuen Anlauf zu nehmen. Bei 5 bis 10 Grad ist es meist freundlich. Ja, und nächste Woche Donnerstag kann sich dann wahrscheinlich überall wieder die Sonne durchsetzen. Bei 7 bis 13 Grad. Also insgesamt sehr sonnige Tage, die auf uns zukommen. Ausnahme nochmal der heutige Freitag. Wir schauen hier mal auf die Wetterlage am heutigen Freitag. Und zwar am Nachmittag um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Hier oben, das ist Weltzeit. 14 Uhr. Das ist 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und da sehen wir, dass einiges los. Schauer, zum Teil auch. Hier diese lila-rosa Färbung. Das heißt, das sind Schneeschauer, Schneeregenschauer, Graupelschauer. Da kann es auch mal donnern, mal blitzen. Kurze Wintergewitter, Graupelgewitter, das volle Programm. Aber bis zum Abend fallen die langsam in sich zusammen. Und dann sehen wir hier schon das Hochkai. Es nähert sich aus Westen von Frankreich, Deutschland. Und dann lockern die Wolken im äußersten Westen auch schon mal etwas auf. Der Blick auf den Samstagmittag. Und da gibt es noch ein bisschen was an Wolken hier im Osten. Teilweise Richtung Erzgebirge und Bayerischer Wald noch ein bisschen Schnee. Auch hier im Alpenvorland. Aber hier im Westen, da kann sich schon das Hochkai langsam durchsetzen. Und damit eben auch die sonnigen Momente. Kühl bleibt es auf jeden Fall. Das heißt, wenn es tagsüber sehr sonnig ist und klar, dann ist es eben nachts auch klar. Die Nacht von Samstag auf Sonntag. Kaum Wolken am Himmel. Und schwupps, wir haben halt erst Ende Februar. Da rutschen die Temperaturen in den Keller. An den Küsten noch leichte Plusgrade, 3 bis 4 Grad plus. An Nord- und Ostsee. Aber sonst im Binnenland schon mal 0 bis minus 3, minus 4 Grad. Und hier am Alpenrand bis zu minus 9 oder minus 10 Grad. Da wird es also richtig knackig kalt. Aber dafür am Tag eine tolle Entschädigung. Viel Sonnenschein. Und die Temperaturen steigen an. In der Sonne mittendrin, in der prallen Sonne, empfinden wir die Temperaturen ohnehin noch etwas höher, als sie eigentlich tatsächlich sind. Ja, und dazu das Wetter am Sonntag. Wir sehen fast eine weiße Karte. Das heißt, ein wolkenloser Himmel über weiten Landesteilen Deutschlands. Acht bis zehn Sonnenstunden sind da drin. Wie geht es danach weiter? Der Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 12. März. Und die Temperaturen bleiben nach der Prognose vom amerikanischen Wettermodell eher so um die 5 bis 10 Grad im Norden. Niederschlagssignale gibt es erstmal sehr, sehr wenige. Eher eine sehr trockene Wetterlage. Und relativ ähnlich sieht das Ganze auch aus in Westdeutschland. Kein März-Winter in sich. Das Einzige, was an Winter erinnert, sind nachts mal leichte Minusgrade um die 0 bis minus 2 Grad. Aber ansonsten tagsüber so 5 bis 10 Grad. Und immer wieder gibt es hier und da ganz leichte Niederschläge. Auch im Westen kommt nicht wirklich viel Regen vom Himmel. Noch der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier eine ähnliche Wetterentwicklung. Die Temperaturen so 5 bis 8, teilweise 9 Grad. Und das bis zum 12. März. Und nur ganz vereinzelt gibt es mal nennenswerte Niederschlagssignale. Das heißt, auch da im Osten steht uns eine längere trockene Wetterphase bevor. Und ähnlich sieht es auch im Süden Deutschlands aus. Vor allen Dingen nachts immer noch leichter. Frost mal um die 0 bis minus 4, minus 5 Grad. Am Alpenrand, wie gesagt, auch unter minus 5 Grad teilweise. Dazu viel Sonnenscheintemperatur. Und am Tag 5 bis 6, 7 Grad. Und so geht es auch weiter bis zum 12. März. Die rote Linie, das Temperaturmittel, bleibt immer im positiven Bereich. März-Winterwetter ist da nicht in Sicht. Es gibt auch kaum Niederschläge im Süden. Nur ganz geringe Niederschlagssignale. Da tut sich also relativ wenig. Die ersten 12 Märztage scheinen eher sehr hochdrucklastig auszufallen. Was gibt es Neues bei der März-Prognose vom amerikanischen Wetterdienst NOAH? Das sind die Temperaturabweichungen. Und wir sehen mittlerweile fast ganz Deutschland mit einer Abweichung von bis zu 3 Grad. 2 bis 3 Grad zu warm. Das hat sich noch ein bisschen weiter nach oben erhöht, diese Abweichung. 2 bis 3 Grad wärmer als im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Also nach einem März-Winter sieht das nun wirklich nicht aus. Es wird relativ warm werden im März und zum Teil auch richtig trocken. Auch das hat NOAH vor Wochen schon angekündigt. Und wir sehen ja, das erste März-Drittel hat nicht unbedingt viele Niederschläge im Gepäck. Da könnte es wirklich passen mit der sehr, sehr trockenen Wetterlage. Und das war es auch schon vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Und denkt an Klaus Grillt. Hier unten gibt es den Link zur Videobeschreibung. Beziehungsweise in der Videobeschreibung den Link zu Klaus Grillt. So muss es richtig sein. Es wird Zeit, dass Wochenende ist. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.